Herzlich willkommen zu unserem letzten Burger Video. Mein Name ist Ben. Heute gibt es leckere Rote Bonne Burger. So, machen wir jetzt anfangen. Das gekochte Rote Bonne. Und das alles dampfen. So, das ist gut. Das Warnnuss. Ein bisschen hacken und alle zusammen ins Schieße. Das ist Mais. Das linke Paniermehl dazu. Weiter. Ein Essensatz. Und Tamari-Sauce. Ein bisschen Bio-Senf. Ein bisschen Paprika-Pulver. Und Chili-Pulver. Ein bisschen. Weiter. Fulkern-Kuckuck. Das habe ich schon gemacht. Weiter ein bisschen Salz dazu. Und Schwarzpfeffer. Ich habe ein bisschen Öl in die Pfanne. Und jetzt mache ich die Form. Gut vermengen. Das ist fertig. Ganz fest. Das ist fertig. Das ist ein Blatt. Ein paar Minuten. Voilà. Schöne Farbe. Das Barbecue-Sauce habe ich schon gemacht. In anderen Videos können Sie schauen. Und dann machen Sie auch. Ein bisschen steigen. Hier auch. Voilà. Und Burger dazu. So. 12 Blatt Salat. Dramatel. Dramatel. ART Dramatel. Also, der schöner Burger ist fertig. So, der letzte Burger ist auch fertig. So, jetzt essen. Ein bisschen drücken. Sehr witzig und gute Konsistenz. Vielen Dank für die ganze Woche Zuschauen. Tschüss! Schöne Woche Ende. Bis zum nächsten Mal.